okay hallo fahrt night bist du bereit ich bin bereit ha jetzt bin ich du awesome aber irgendwie ist das wirklich mega laut oder bin ich einfach nur fucking stupid ich bin du fucking stupid neue aufträge erst mal alter was denn das stempel karten oh mein gott ich habe hier noch nichts getan das ist richtig dein fortschritt bei den npcs war auch noch auf 21 von 17 weil es nicht aktualisiert wurde weil das geben noch nicht geöffnet ist okay das müsste sich dann jetzt ändern ja du hattest mehr npcs entdeckt als es gibt ich bin so gut für fortnight hallo ollie du null also ich schätze ja mal dass du morgen so um 8 uhr noch nicht am start wirsten ich kann morgen um 8 uhr am start sein aber ob ich das will ja nie jetzt ich muss ja noch wielen erstmal ah danke da fuck tx lutscht mir die fps jetzt geht's wieder okay holy smokes ja keine ahnung ich habe jetzt gerade null geguckt also könnte ich erstmal die geburtstagsdinger machen oder so keine ahnung ja sag an bier für ein geburtstagsgeschenk ja das ist kargi ok kargi passt hallo gruppendings irgendwie jetzt wieder eingeführt ich weiß nicht ganz genau wie aber ha i don't know du kannst mehr aufträge annehmen wenn du in der gruppe unterwegs bist und ich meine dass sie komplett geteilt werden weil ich habe jetzt mehr aufträge als vorher und du hast doppelt so viele geburtstag was haben sie denn da geändert ich meine das sind ja nur noch es gibt ja gar keine xp mehr oder was ich habe nichts gewesen tut mir leid doch oben die stempelkarten geben dir xp und unten kriegst du gold und xp glaube ich du kriegst automatisch für abgeschlossene aufträge ah ja okay auch gott ich bin hängen geblieben ich weiß nicht wie das ist wenn du deine tägliche stempelkarte fertig hast du dann so eine abgeschwächte wir sind davon bekommt oder so ich weiß nicht aber ich habe ich nicht guckt nicht darauf geachtet okay wird das halt dieses farming durch einfach nur dailies abschließen ich glaube deswegen wie gewirft man ein geburtstagskuchen oder wie werfen mein geburt der steht werf oder nicht da steht verbrauchen steht auch geschenke werfen ja okay ich habe keine rechtsschreibschwäche jetzt geburtstagskuchen geburt des geschenk ist das gleiche ja wird gleich geschrieben ja muss so sein legas 10i mein alter erzeugt was haben wir denn hier in der angel ja ist super great wie der mal endlich eine waffe füfff ist das game zu leise ja wer steht da nur rum alter komplett versämmelt da fuck was denn ich finde mal die budern ja das ist toll ich bin hier noch drin vielleicht toll typ brennt er kriegt schaden war es typ ich bin übrigens erkältet warum tust du sowas solange es nur eine erkältung ist ja nach der corona impfe ging es mir eigentlich noch ganz gut aber jetzt bin ich erkältet eigentlich ist natürlich gut ich hatte ein bisschen kopfschmerzen war müde aber das war es auch schon alteron danke ja ging mir auch so ich habe einen ton vom handy an was ich normal nie habe nie als wenn ich dich jetzt auf whatsapp zu sparen ja das war gerade die donation die auf dem handy eingegangen ist danke dir weiß ich dass es gehört gerade blüht ok naja dann bist du sicher kannst du das zu sparen kaputt der verkaufsautomaten das ist im stream ist ja eine höhere sind sie als in bis gott na ja ich ja manchmal auch nicht in disco dann muss ich auch tummeln streamer machen ok ja das ist das sollte so sein ja telefone hallo auftrag du kriegst jetzt wenn du normalen auftrag annimmst kriegst du direkten auftragsreihen ins gesicht gedrückt das heißt wenn du einen den ersten auftrag abschließt kriegst du sofort einen zweiten auftrag mit einem höheren rang das ist ja mal richtig aus dem du auch im selben match abschließt kannst weil man ist diese treppe von dir ja scheiße da ist ein sack im geld sack da kannst du das ist eine globale aktion irgendwie und dann kriegst du kleine schild tränke das ist das was sie gemacht hatten sie hatten die hatten gefragt was man haben möchte und jetzt muss die mehrheit donaten auf eine seite das eigentlich voll smart ok zwischen schockwellenwerfer und rift to go und viele wollen halt den schockwellenwerfer haben weil der cooler ist und ich auch und er hat jetzt schon 50 prozent und rift to go nur 17 prozent das ist eigentlich voll der schmutz ok nein voll cool na gut wer schießt hier warum schießt hier was was schießt hier wo schießt wo gegner wo gegner da sie schon gegner billy brilliant 23 gegner wird jetzt verhört verhurt scheiße ich glaube der stirbt hi wo homie wo homie kein homie daneben der hai komm herr hai wo hallo da hallo da hallo da hab ich ja tschüss für 6 tschüss wie ist denn mein name da crazy was so crazy ich werde hier ja du das noch daher vielleicht doch keine ahnung wenn du brauchst tschüss hallo 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 sass ja hallo släscher und rin jetzt muss ich gerade mal damit beschäftigen wie ich irgendwas machen soll du musst und du kriegst bonus ep wenn du das erste mal eine quest reihe abspricht ok du hast deinen charakter gemacht ja du musst sie aber du musst aber nicht zu dem persönlichen gehen es reicht wenn du über telefon die aufträgern muss aha da oben sind fein die wo fein die für die mauer aufstellen aber scheiße ich hätte vorher mal nachladen sollen ich stecke aus ah what was dead ist hä alter was zum arsch bin hergeblieben ne das ist irgendwo sein homie ich wollte nur den assist haben deswegen habe ich ihn mal kurz angebügelt wo gegner da ist ein episch stumm gewinn na warte du sack ein hätten oder so brauche dann zu gerade hoppen ob sie ja das war schon auch die die uns gejagt haben jetzt nicht mehr ha 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 die norm da brauchst du nicht okay in die fresse das habe ich nicht gesehen ah Alienses Artefakt sind die denn immer noch da Ui ui Kevin 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 Der Würfleister ist Kevin was ja 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 Und das hält jetzt wie lange an Weiß ich nicht, nicht lange. Aber du kannst dich damit so hochcheaten. Yes. 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 Das wird schiss. Okay, cool. Geht voll ab. Geht ii. Ah, vorbei. The fuck? Shizzer. Pack's nicht mehr. Wow, wow, wow. Gold. Hey, da fliegst du ja. Oh, Geschenk. Ich will ein Geschenk. Yeah. Level ab. Unterstützt durch Woid. Nice. Geil. Yes. Jetzt fängt das wieder an. Yes. I like. Hang. Bestimmt auch wieder Buschzerstörer Party Time. Boataxi. Nee, ich glaube, diese kleinen Aufgaben. Hier geht's raus. Alright. Macht ja nix. Nee. Ich habe gar keine Sprit mehr, ey. Da ist ein Gegner. Ich geh raus. Ich habe keine Ahnung, ey. Mangosufus. Boop. Oh. Inhaliert. Ja, das ist das Beste und überhaupt nicht unfaire Scharfschützengewehr. Dann ist ja gut, wenn das ist das Beste. Jo, wie geht das denn? Aber es ist ja hart. Das macht 40 Schaden. Hat er gedacht, hä? Gymp. Ich war einfach tot und ich habe ihn nur zweimal getroffen. Hang. Down. Das für ein cooles Ding. Ab. Minigun. Ja, da war noch einer vor uns, ne? Ja, ich weiß. Und von hinten kommt jetzt auch einer. Mieses, stupid. Okay, mit dem Auto. I see. Da wird es im Minigun, die für Mieskönste. Da ist er. Bedauert. Das ist runtergefallen. Ich habe weg. Was denn das? Symbiotische Carnage. Was passiert? Komm mal. Ah, jetzt ist es weg. Die Leute. Hast du gesehen? Jetzt unten irgendwo. Unten. Aber. Jetzt ist er oben. Hast du geangelt, ne? Oh, fuck. Okay. Okay. Hey. Oh, scheiße, man. Ich wurde von hinten eingeschossen. Bisch. Ich habe den High Ground. Okay. 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 Ich auch, ja. Fuck it. Ich muss mich heilen. Ups. Ah, shit. Komm, komm, komm. Komm. Ah, ich bin down. Fuck. Wo kam das denn jetzt her? Von da oben. Ist klar. Ich komme runter. Wollen die mir mit dem Symbioten mehr Mobility geben, aber sie geben mir nicht mehr Mobility. Ich bin hier unten. Warte. Ich kriege ich in die Busch. Wow. Der schießt mit einer Railgun rein. Ist das eh nicht so geil. Ja, der ist da oben. Ist okay. Passt. Da sehen die uns nie. Okay. Kannst du so ruhig bleiben, ey. Los mit dir. Okay. Ich heile mich gerade noch. Ich bin zufrieden. Baust du auch noch ein Meth-Kit? Ja. Okay. Die können auch sechs andere am Leben werden. Ich habe hier noch einen großen Shield. Da sind zwei im Wasser. Einer ist ein Knife von da. Dem schieße ich jetzt in die Fresse rein. Hey, die... Ja? Okay. Cool. Bist du sicher? Nein, der ist nicht tot. Der ist noch da. Fast, habe ich gesagt. Ach so, fast. Ja, okay. Weil er hat minus 110 bekommen. Ach, scheiße. Die sind auch zu zweit. Der hat ja noch Schild. Über uns ist einer. Ja. Wir haben jetzt unsere Position auch dezent verraten. Er ist oben. Morty, Rick, Rick. Fuck, Rick. Alter, down. Jura. Ich dachte, du hättest meine Rückhänden, aber nein. Xerox, hello. Dann wechseln wir mal zu den coolen Symbioten. Ist oben. Ich komme. Die steht hier rum, wo ich markiert habe. Mit dem Raketenwerfer, by the way. Ist der gelandet? Ja. Und jetzt bin ich tot. Oh, Georgia. Nice. Die sind irgendwie ein bisschen stupid, was er aushält. Ja, das war ein Boss. Ja, das war ein Boss. Ja, das war ein Boss. Ey, Jukka, das war ein Generation 2-Bot. Der war richtig gut, ja. Er hat auf jeden Fall mehr wie ein Spieler agiert, aber er war trotzdem ein Vollidiot. Und obwohl ich tot war, habe ich jetzt noch Level 3,5. Dank dir. Cool. Das geht so schnell, ne? Ich muss mich erst mal mit den neuen Items auseinandersetzen, ey. Ich habe nichts gelesen, gar nichts. Null. Also, es gibt Symbioten, das ist das, was ich auf dem Rücken habe, Venom und Carnage. Damit hast du halt diesen Effekt, dass du besser springen kannst. Ja. Und du hast Gleiter. Und du kannst Leute ranziehen. Hm. Das habe ich eben gesehen, ja. Boah, come over here, Slip. Es gibt die in der Kipp-Welt, das ist diese Dimension, die manchmal auftaucht. Ja, da soll ich tanzen. Würfelwaffen, die kannst du mit Splittern upgraden bis zu mystisch. Die Flöter kriegst du, indem du Viecher rein und flötest. Aber sonst sind die wie normale Waffen. Okay. Und desto länger du schießt, desto mehr Schaden hast du. Die Aufblas-Pump ist wieder drin, aber die kannst du nur durch Craften kriegen. Ja, die lutscht ja auch. Und das war's, glaube ich. Eigentlich schon wieder. Das ist Kipp-Welt. Ich muss Kargi. Dann hab noch Kargi. Und dann Schisch-Welt. Sch-Muss-Kargi. Ja? Solke Bäude bauen. Was ist das für ein gelber Fleck da unten? Wo? Das ist der goldene Kevin. Goldene Heiz ist er auch, ja. Okay. Der schubst dich weiter weg als hier, ne? Yellow Kevin. Der hat wahrscheinlich irgendwas mit Story zu tun, aber keine Ahnung. Der Hormstil war abgestürzt, hat der Haufen von Kevin dabei jetzt Apokalypse durch Würfelwelt. Würfelwelt? Ja. Der im Englischen heißt es, als die Season Cubed, hier ist es Würfelwahnsinn. Stupid. Man hätte einfach zum Quadrat oder hoch zwei sagen. Ja, ist das für ein glücklicher gewesen. Weil Cube ist ja zum hoch. Yeah. Nee, hoch drei. Hoch drei. Hallo, Mathe-Bund. Yes, yes. Get over here. Ich hatte ja nur ne zwei in Mathe. Ja, also bitte. Ja, you failed. Me fails English? That's impossible. Me fails English? Pst. Komm her. WTF-Level-Ap. Äh. 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 That is impossible. Keine Chance. Keine Stonks. Ha. Das ist gar nicht Stonks, aber das Ding auf dem Rücken. Typ. Keck. 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 Oh, oh, oh. Wo Opfer? Da Opfer. Da Opfer. Unten Opfer. Fisch. Ich hasse das. Ich muss auch nicht so richtig rutschen, sondern nur so ein bisschen. Richtig ekelhaft. Hang. Organik Fass, Jule. What the hell? So ein bisschen urekelhaft. Okay. Ja, ich muss manchmal husten, aber halt nicht so richtig rutschen. Ja. Das ist nervig, weil wenn, dann möchte ich mich richtig aushusten. Müsste das jetzt nicht eigentlich... ...gezählt haben? Das zählt doppelt, wenn du das jetzt auch angenommen hast. Ah, baue Gebäude bei Kargi ist fertig. Ja, okay. Steamy Sex. Ich glaube, dass wir jetzt einfach alles auf Gruppenhilfe haben und dass wir deswegen auch mehr Aufträge annehmen können. Es lohnt sich ja jetzt richtig zusammenzuzocken. Yes, yes, yes. Hast du die Wand angesprayt, sag mal. Nein, das war ich nicht. Der Spill nicht. Ich habe das Spill wirklich nicht. Ich habe das Spill nicht. Ich schwöre. Ich schwöre. Voila. Ja. Was zum... Yes, I'll take it. Okay, bye. Oh, hey, und? Ah. Monströ Terminus. Monströ Terminus. Super Sass. Epic Sass. Was? Rift to go. Oder... Shockwave Launcher. Der ist schon mal ein bisschen geiler. Rinn. Zack, bam. Spende all dein Gold. Let's see aktualisiert. Hup. Wofür habe ich denn jetzt ein Leveler bekommen? I don't know. Ich habe eine Kiste aufgemacht. Bam. Auch ein Metall in Weeping Woods. Also auch ein Steamy Sacks. Okay. Äh. Yeah. Ich gucke mal, ob ich ein Auto finde. Donks. Ich habe immer noch kein Geschenk gefunden. Was ist denn scheiße? Das sind diese, die es schon mal gab. Ja, die du dann irgendwo hinwerfen kannst, ne? So, zack, man. Darf man nicht vom selben Geburtstagskuchen zusammen tanzen? Weiß nicht. Ist gemein. Aber ich muss Kuchen essen. Hä? Kein Fallschaden? Ist ja illegal. Ich fahre mal dahinter. Ich komme gleich zurück. Hey. Mach lauter und halte die Party am Laufen. Mach lauter und halte die Schnauze. Die Gegner. Ich komme. Ja, ich ignorier den einfach mal. Hui. Bestimmt, Bot. Sonst hat er schon längst auf mich geschossen. Der Bot hätte auf jeden Fall auf dich geschossen. Ja. Stimmt. So wie der da gerade. Ignore. Tschüss. Backbau. Falsches Game, Olli. Hä? Nein, Backbau. Immer. Backbau. Okay. Hey. Warte mal, bewegt sich die Zone schon? Äh, ja. Dann muss ich mich aber weinen. Hey. Das war so ein... Ja, war doch ein Bot. Ja, ne? Voll ein Bot. Metallabbau. Backbau. Ja, stimmt. Upsi. Ja, damit. Ach, das war's schon. Der steht... Lol. Okay. Auf nach Steamy. Weeping. Weeping. Irgendwie warm. Ja, Steamy ist gerade vorbei. Es lohnt sich teilweise nicht mehr die Leute umzubringen, weil du mehr Munition verlierst, als du kriegst. Oh, pack, 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 pack. Okay, hier sind Gegner. Die stehen einfach nur dumm rum. Tschüss. Oh, Mann. Oh, Mann. Wo treffen wir uns denn gleich? Ich glaube, ich pack's nicht mehr zurück mit der Tankfüllung. Äh, ich kann nicht abholen. Ich hab die Maff-Fissen, die Maff-Fissen noch nicht probiert. Oh, mein Gott. Eliminiere dann ja den Team. Okay, ich guck gleich einfach, wo du bist, da komm ich da hin. Ich krieg sogar über diese Distanz von dir die Aufgaben erledigt. Jawoll. Phase 5 erledigt. Tanze bei der Kippwelt. Danke. Machst du das gerade alles, ja? Das ist so gut, ey. Hat sich angeboten. Ja, klar. Ich brauch ein neues Auto, mein Tank ist leer. Also kaufe ich mir einfach ein neues Auto. Also, beziehungsweise ich klau mir eins. Apropos Auto. Hey, wo Auto? Da steht ein Rennwagen. Joink. Wow, na, hier liegt ein Geschenk. Aber das ist schon... ...abused. Ach. Achso, da ist Weeping. Alter, das ist die Situation, aber da haben wir leider kein Sportauto. Das ist ein normales Auto. What happens hier? Das ist ja Booney Burbs. Ich will doch nach Weeping. Alter, du fuck. Da ist voll ne Mende Zone, ne? Egal. Ich fahr da jetzt raus, was kann. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, es wurde mal wieder Zeit für Fortnite. Und, äh... Da ich die anderen gemäß jetzt gerade überhaupt nicht spielen kann... ...oder auch nicht motiviert bin, so spät noch damit anzufangen... ...machen wir nur das hier. Okay, wer schießt hier außerhalb von der gottverdammten Zone auf meinen Butt? Was soll die Scheiße? So, alles klar. Battle Pass Level Up. Und zurück zu Void. Bis so. Ja, das liegt daran, dass dein Router da oben ist. Ja, guck mal, da sind sie wieder, die Gegner. Du ignorierst sie einfach. Lol. Okay, sie haben mich weggesprengt. Bisches. Jetzt muss ich mich ja mit denen anlegen. Okay, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Äh, was? Ja, da komm ich jetzt, glaub ich, auch nicht rechtzeitig hin. Ne, ne, das war zu weit. Ich hätt die auch umfahren sollen. Ja, wir müssen das Telefonkabel von da oben runterziehen, damit dein WLAN besser wird. Olli, ohne Scheiß. Miese Little Bit Dead. Ja, heb mich auf. Wir haben mich auch nicht verhört, also voll die Bobs. Voll die Boobs. So, wir machen als nächstes Torin Charlotte DeVilschirm, DePilzmeister, den will ich. Fabio Funkelmene. Da, fuck. Was zum... Keine Ahnung. Provisionen. Oh, man hat mehr Zeit, um dich aufzuheben, wenn du weiter weg bist. Ja, das stimmt. 226 Sekunden. Müsst du noch mal ein bisschen hin. Ja, Mann. G-Fuel F-TW. Nur schade, dass du nicht mal dran denkst, mich aufzuheben, ne? Du liegst außerhalb der Zone. Ist mir doch egal. Ja, Quest abgeschlossen. Was ist denn mit dem Typ? Dö, dö, dö. Ja, vor allem erfüll ich die Quest, obwohl ich tot bin, ne? Ja. Ja gut, da musst du aber noch auf deine Glasfaser Anschluss warten, ja. Aber das stimmt, da kannst du dir das natürlich sparen. Gasfaser. Ey, fucken. Alter. Und der stützt durch die Weude, ich krieg nur noch Punkte gerade. Ist ja egal. Oh, oh. Ja. Der hat einen Symbioten dabei. Gib ihn mir. Komm her. Oder auch nicht. Oh, Mann. Ja, das zählt alles für mich, obwohl du das machst, ne? Isn't that great. Sammle Maschnums. Ja, wir haben sich verpisst. Guck mal, wie viele Quests ich hier gerade fertig hatte. Dö, dö, dö. Ja, genau. Zack, bam. Morgen früh übrigens Final Fantasy erstmal. Nachdem ich wählen war. Ich muss mal gucken, was machen die eigentlich auf? Oli, weißt du, wann man gehen kann morgen? Die bin mir. Jetzt fängt er wieder an zu tanzen, Typ. Die einfache Outplay. Die haben nicht damit gerechnet, dass der NPC da steht und dann waren die tot. Der ist doch von beidem schon zu hören, wenn der Party macht, der Typ. Ja, aber sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich den benutze. Ups, wo sie sind. Vollgas. Meine Neustartkarte liegt übrigens immer noch. Echt? Yo. Fuck. Du sagst 8 Uhr. Ja, okay. Dann, danach spiele ich dann Final Fantasy morgen erstmal. Fertig. Ja, 8 Uhr macht Sinn. Kaffee in den Kopf und dann hin und dann wieder zurück. Geplatzt. 10 Sekunden. 600 Meter. Das schaffst du doch wohl. Oder du? Ja, klar locker. Nehme ich. Ja, super. Genau. Acht Uhr. Dann gehe ich ab acht. Danach wird gezockt. Mit eurer Leitung könnt ihr nicht streamen gucken und Netflixen gleichzeitig. Das geht nicht. Und du spielst Amogus. Gut, das verbraucht keine Bandbreite. Aber Netflix auf jeden Fall. Ich bin jetzt lieber mal ruhig. Heute muss ich konzentrieren. Eigentlich nicht. Nicht? Okay, warte mal. Ich guck. Wo sind meine Wahlunterlagen? Deine Wahlunterlagen sind da, wo du sie zuletzt gelassen hast. 8 bis 18 Uhr, du hast recht. Hätte ich mal drauf geguckt, hätte ich es gewusst. Alles klar. Cool, cool. Der Wahlraum ist sogar barrierefrei, weil es in der Feuerwehr ist, Olli, glaube ich. Ja, Olli, okay, cool. Bis morgen. Da ist jemand in der Kippwelt. Interesting. Interesting. Interessierend. Merksam. Ich kann ja streamen, wie ich wählen gehe. Ja, mach mal. Ja, unbedingt. Und auch immer schön sagen, was du willst. Ja, klar, ich kann ja die Kamera auf dem Wahlzettel halten. Überhaupt kein Problem. Das erste Mal, dass ich in den Wahlkreis wähle, dann möchte ich mich dann direkt zum Vollhonk. Ganz bestimmt nicht. Ah. Vor allem ist das Luftlinie 300 Meter von hier. Ich fahre trotzdem im Auto. Haha. Also willst du schon mal nicht die Grünen? Nein. Ich habe ja auch ein 170 PS Auto. Also das wäre dumm, die Grünen zu wählen. Sonst kann ich mir die Karre nämlich nicht mehr leisten. You know? Nein. Headcam habe ich, ja. Theoretisch könnte ich das tun, ja. Ich glaube, ich lasse es lieber. Kommt drauf an, wer die Wahlhelfer sind. Ich meine, wir sind hier in einem kleinen Ort, der kennt eh jeder jeden so gut wie. Ich könnte es eigentlich echt, ich überlege es mir mal, ob ich das streamen soll. Ich darf. Boah, das Ding wird ja riesen. Ohne rum. Der klingt wie ich, wenn ich mal eins aufstehe. Uuuaah! Und arbeiten muss. Ach, Kajo, das würde ich wirklich mal machen, ey. Das wäre irgendwie lustig. Hui. Ich bin wahrscheinlich Level 10, wenn du fertig bist, weil du nur so viel abgeschlossen hast. Und... Zück 5. Was ist dagegen? Ich kann auch jetzt einfach... Nein, nein! Gib ihm, gib ihm! Gib ihm! Sneaky beaky! Bob! Fuck him! Come over here, jawoll! Nice move! Au! Ah, schade, das war zu gut. Der Anfang davon. Naja, verreggebisch! Gut zu wissen, dass das durchwende geht. Yes! Jetzt hat gerade einfach die Wand weggefetzt, ne? Ja, okay. Sehr geil. Ja, klar, das geht nicht. Das wäre illegal, ne? Vermutlich. Außerdem würde mich Twitch dafür mit Sicherheit bannen. Ja, davor könnte man es machen, ne? Ah, ich guck mal. Also, ich muss erst mal mein Handy aufladen. Ja, das war... Ja, das war... Verdammte Gummischrotze, Alter. Ja, nie, ist klar. Ja, ich freue mich darüber, dass du eins gegen zwei gewonnen hast. Hang, level up! Warum kriege ich denn jetzt die ganze Zeit den gleichen Skin? I don't know, ich wechsel durch. Gott, die Musik ist ja fürstellig. Shut up, Bish! Also, eigentlich ist es nur der Gesang schlimm. Die Muggel ist cool. Ach, danke. Hast du einen anderen Skin? Oder hast du jetzt extra geswee-edged? Ja. Also... Hab ich jetzt manuell ausgewählt. Okay. The JB Schimpanski. Was ist denn das für ein Typ? Ist das etwa der Menschen, Bill? Ja. Ah. Der ist wie der M. Schöp, ne? Du hast ihn ja schon, aber... Hab ich gesehen. Was los, Fortnite? Hey, was? Was? Neue Season sagt... Ja... Das ist ja nicht normal gerade, oder? Wir werden doch schon mal... Weil die Server abgekackt sind. Ja. Guck mal. Also, bei mir steht, warten auf Gruppenanführer. Bei mir steht, warte auf nächstes Match. Abbrechen, bereit machen, so. Ah, jetzt ging's direkt, okay. Ach, der hat noch meine... Meine Quests hochgezählt, die du erledigt hast. Wir kehren zur Lobby in 29 Sekunden. Wir kehren zur Lobby in 30 Sekunden. Okay, auf zur Lobby, dann. Scheiß drauf. Äh. Ich kann nicht abbrechen. Nein! Good News, everyone. 25 Sternchen. Und der Fallschirm, der abgeräumt ist... Ransom. Whatever. Ah, den hab ich schon. Cartoon-Fisch. 200 V-Bucks. 300 V-Bucks auch nicht. Achso, allerdings hab ich mir das Pack geholt. Das hab ich auch geholt, ja. Hm. Was kostet Seite 1? 42. Okay. Okay. Galaxus. Okay, komm. Go. Dann. Ride. Okay, ich versteh nichts. Was? Ich krieg immer den gleichen Skin. Immer. Fuck. RTX. Yay. RTX. Yay. Was? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch machen wollte. Der ist eine Kondition mit einem Shish wie der. Sammle Mushrooms. Dirty Dicks? Nee. Wo Markierung? Ah, bei Catty. Okay. Nee, Catty ist okay. Ah. Mir egal. Wie du magst. Jetzt pass mal auf. Singing a song about shit, motherfuckers. Warum ist ein Fortnite so langsam mit der Ladezeit jetzt? Moment haben wir noch nicht genug Spiele. Was ist passiert? Der wartet, dass wir hundert sind. Keiner Dank warten. Alright, check this out, bitch. John Figgity Figg. Yo, sup? Wir hätten die schnellere Version, den Remix nehmen können, von einem Rasputin-Lied, dann wäre das bestimmt auch nicht Copyright gesclaimt. Das stimmt. Obwohl ich das ja eigentlich ausgeblendet habe. Hä? Copyright Music. Hast du gerade das Glied gehört, oder was? Ja, klar. Ah. Also vielleicht ist es ja dann nicht gekopyrightet. Nee, ist es nicht. Sonst würde ich es nicht abspielen. Das ist ja cool, dann. Ja. Dann habe ich endlich ein, endlich ein Emo, dass du hörst. Wenigstens eins. Immerhin. Yes. Gibt es da eine Aufrüstbank? Ja, natürlich. Weil muss Waffen aufrüsten, Maschen umsammeln und Schisch sammeln und Benusen. Kondition mit Schisch wiederherstellen. Baba Yaga sagt das. Baba. Ich glaube, das ist die. Die? Baba Yaga ist die Hexe aus der russischen Noah. Ah, ja. Nussberg, Nussberg, Neustin, meinst du? Okay. Immer so ähnlich. Knusper, Knusper, Knäuschen. Was zum Arsch? Was zum Arsch? Was zum Arsch? Unterstützung durch de Boid. Hupe im Umkreis von 10 Meter eines Gegners. Alles klar, weißt du Bescheid. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal diese Quest gemacht habe. Ich habe jemanden gesucht, bin zu ihm hingefahren. Ja, gut. Kann man machen, ne? Habe ich so gemacht, ist der einfachste Weg. Äh, wo... Wo aufrüst Bank? Hä? Du hast schon aufgerüstet, kann das sein? Ja, ja. Alter, ich komme gar nicht mehr nach, du machst einfach gerade alles. Weiß, was du meinst. Ich auch nicht. Hang, Level 7, nothing. Oh, scheiße, ich treffe nix, Junge. Muss weg. Überlebe Sturmphasen, alles klar. Hinter mir kommen Gegners. Oh nein. Ich hatte jetzt gerade nicht so die Waffen dafür. Ah, sauber geparkt, im Klo. Awesome. Da war der Gegner drin. Wo ist der Gegner drin? Was zum Fick? Ich war noch nicht fertig mit Verhören. Ach so, du warst am Verhören, sorry. Ich habe gerade gedacht, warum steht der denn da? Moin. Hallo. Das war aber risky, auf den Benzinkanister zu fahren. Quatsch. Geht voll ab. Na, für Legendary reicht's nicht, Mann. Au. Ja, tschüss. Ups. Ups. Ja, ja, schon klar. Warte, ich muss noch vor dem Geburtstagskuchen tanzen, was ist der denn? Da oben, auf dem Marktplatz, hundertprozentig. Oh, Kuchen. Ich höre Schritte. Ich sehe Schüsse. Das ist ein anderes draußen. Da. Na, peigen in die Fresse. Zerstöre sowas in Betten. Eins von drei. Okay. Zwei von drei. Hotdog, die freche Gurst. Ja. Ein Geschenk. Ja, ohne Scheiß. Nur um das Gesicht zu sehen, hast du rasht. Hey, what is happening? Ja, den nehme ich mit. Hallo. Es gehen ab. Nutze eine Seilrutsche. Okay. War, wenn ich den Kuchen. Da ist der Kuchen. Guck mal. Ja, ja. So. Angeknutscht. Voll getanzt, ja. Was sind das? Wo Farben? Hier Farben für Fisch. Siehst du die auch? The fuck? Wollen wir das? Nein. Das ist nichts. Dann brauchst du dafür erst den Fisch. Die Fisch. Die kann man nämlich einfärben, dann kann man so Farben sonnen. Aha, okay. Schisch. Schisch. Was, Junge? Ey, was? Beste, bam. Kuchen, stirb. Stirb, Kuchen, stirb. Nein. Nee. Der will jetzt die Raptoren gehört. Raptoren? Was ist das für ein Bub? Penny. Penny? Why is it so good? Siehst du gut? Peng. Zerstöre gegnerische Gebäude. Extra große Messerchen. Wat? Ah, okay. Moin, moin. Uza. Peng. Yeah, yeah. Ui. Eingeparkt. Haben wir gerade die Füße rausgeguckt? Meinst du? Ich weiß nicht. Die freche Wurst. Ja, sammle Pilze, bringe ein Auto zur Wetterstation. Da kommen wir jetzt in mir hin. Ja. I see. Macht ja nichts. Stimmt, war's. Wow. Ah, ja. Okay, sag einfach nichts. Sauber. Hey, hey, hey. Automatisches Schüchgewehr. Die macht 40 Schaden und schießt fast so schnell wie ein Sturmgewehr. Geul. I like. Überhaupt nicht unbalanced. Ach gut. Da, PG. Peng. Ja, nice. Alter, das ist ja übel, das Ding. Ja, ja. Seiche. Die ist auch saumäßig genau. Geht voll ab. Ich schau mir mal eine Anglol da unten. Und Anglol mir mal einen Fisch, damit ich Kondition wieder erstellen kann. Hä? What are you shooting at? Auto. Ah. Überlebe Stürmphasen. The Toaster. Komm, 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 komm. Da liegt ein Boot unterm Wasser. Oh, da ist ein Velozierab. Oh, ja. Hä? Abgesoffen. Moin. Lol. Ah, ich sag nichts. Ich glaub, der Raptor hat es auf sich abgesehen, ne? The Raptor. Komm, Angelparty. Super. Eine Waffe wollte ich jetzt eigentlich nicht. Klappt das bei dir? Ja. Okay. Sehr anonym, das. Zaplor? Wie viel Kondition soll ich denn herstellen eigentlich? Einen. Ah, generell. Kondition völlig egal. Gut, dann nehme ich den jetzt. Zaplor und dann geht's ab. Ich bin schon wieder abgesoffen. Äh. What is wrong? Hast du schon verhört? Ja. Weggetrashed. Dicke Pro. Nein, wir behalten ihn. Grell ihn. Grell ihn. Au. Ich bleib dein Freund. Alter. Da ist ein Freund. Da ist ein Freund. Da ist noch einer. Au. Das will ich jetzt aber scheiße. Schon. Dezent. The Hotdog. Nein, ich will nicht den Skin. Gib mir einen anderen Fortnite. Fortnite. The P-Donator. Da ist er wieder. Kante. Wir spielen erst eine Stunde. Das kommt mir schon viel länger vor. Vor allem sieht die Chicks Terminator mit RTX eigentlich echt cool aus, ne? Der Terminator. Der Terminator. Der Terminator. Der Terminator. Der Terminator. Achso. Where to land. Bauergebäude bei Kargi. Ja, wundervoll. Schon wieder. 13 von 10 aufzunehmen. Ja, schon. Zu den Stemp-Lol-Karten. Seh fast alles schon fertig hier. Lol. Äh, ja. Ich soll vielleicht mal jumpen. Alles klar. Tschüss. Das ist überhaupt Kargi. Level 8 in nicht mal einer Stunde. Freaky fuck. Ja, ich bin auch in irgendwie 2, 3 Stunden Level 21 geworden und dann dachte ich mir auch nur so, ja, ja, okay, brauche ich jetzt nichts, wenn ich mehr spiele? Yeah, irgendwie nicht. Aber das geht nur so schnell wegen den Stempelkarten, dass du, wenn du für einen Charakter eine Questreihe abschließt, so einen EP-Boost bekommst. Danach dauert es deutlich länger. Ja, wahrscheinlich, aber trotzdem. Ich habe jetzt in der Stunde, die wir gespielt haben, nur vier Level. Hast du denn alle schon erledigt, oder was? Ja, ich habe keine offene Charakterkarte mehr. Ja gut, das ist natürlich... Das ist auf eine, glaube ich. Ich weiß aber nicht welche. Da landen noch andere Schnitzel, ne? Hm. Ich sehe es. Okay. Dann ist ja gut. Mit meinen digitalen Ohren. Ich habe eine Pistole. Ich habe zwei Shotguns. Guns! Jo. Nein. Nein. Oh, Gegner. Scheiße. Ich hatte vier AP und der Bot kam an. Der belebt seinen Teammate wieder. Wenn du dich beeilst kannst, kannst du ihn schnell wegmachen. Steht genau hier um die Ecke. Ja, ich sehe es. Ja, er hat sich gehört. Er hat aufgehört. Er erwartet dich. LOL! Okay. Er hat auf seinen Tod gewartet quasi. Ja, er hat seinen Maid wiederbelebt, bis er deine Schritte gehört. Dann hat er aufgehört und auf dich gewartet. Gimp. Seriously. Ich gebe mir mal eine von den Shotguns, bitte. Dann. Danke. Yes. Wat für'n Bub. Boah, der Automat ist scheiße. Du schieschfiesch. Du hast gecheatet. Joink. Joink. So, was? Achso, ich soll Gebäude bauen. Alles klar. Can do. Wie? Wieso zählt das nicht? Na doch, Bau, Metall und Weeping ist doch derselbe Scheiß schon wieder. Ja, es ist immer das Gleiche. Super. Das nervt ja immer überhaupt nicht. Weiß nicht, was du meinst. Ja. Bovisorium, sus. Bovisus. Überlebe Sturmphasen. Okay, eine noch. Was? Wirf Geburtstagsgeschenke. Hey. No. Ja, Gesundheit oder so. Nicht wirklich, aber. You know. Das RTX Reflexion auf der Karre sieht halt auch ein bisschen geil aus, ne? Okay. Aber das sind so kleine Details einfach, die eigentlich fast gar nicht auffallen, ne? Bovisus. Charlotte. Ja, hallo? Ich will das aber. Gib mir das. Was? What is happening? What? Warum kann ich das nicht... Mein Kunde benötigt Dienste. Betanke ein Fahrzeug. Deine Questliste ist voll. Okay. Okili. Dokili? Boopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Eine coole Kiste, eh. Jawohl, oh, wow. Peng, hi. Au, ich krieg's voll besorgt, Junge. Uh, der ist aber ein bisschen ungeil unterwegs. Level 9, bitch. Okay. Nice, I guess. Hier, minigun. Hier ist ein Minigun. Hier ist auch ein Kyp-Weltgewehr, was kann das? Das ist, also wenn du es in der Hand hältst, du siehst ja da diesen Lelandbalken. Du kannst damit so lange schießen, bis der Balken komplett voll ist. Und da, wo es Leder ist, wenn du so lange schießt, bis der Balken Leder wird, machst du mehr Schaden. Okay. Wenn du lange genug schießt, macht's halt mehr Schaden. Ah, alles klar. Cool. Oder 75% drauf. 12. Hm? Ja, 12%. 13. Ja, das zählt auch für die MG, hm? Ja, okay. Okay. Hey, Hühnchen. Frisch scheiße. Diese, ähm... Schusch. Aus irgendeinem Grund bin ich auch Instant Level 9 geworden. Wow. Hühnchen. Hang. Oh. Ob wir diese Sturmphase überleben werden? Nein. Auf keinsten. Äpfel. Okay, jetzt hab ich mich abhängen lassen. Bien. Ich pack's nicht, siehste. Warst du da auf dem Sus? Ne. Hang. Aliens is... Gut. Cake. What? Okay. Okay Corny crops horny Einfach mal platt machen Mioink Oh 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 Um Aliens Wie er sich einfach den Verband umwickelt The Terminator Was das Typ ne Ja Das hilft dem Nicht Total Fahr mal da rein, da war ich noch nicht Äh ja Da Weeping Goods Was ist hier Was ist hier Das ist das Ding da oben wahrscheinlich Höh 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 Tschüss Tschüss indeed Scooby Oh Maudi Und Rick Unüberhaupt Back So Dead Shit Ah Driving Skills Äh Tschüss Ähm Ja Bye Ich bin an das Jump Pad gekommen Was Junge Was Junge Junge Was Junge Hui und nochmal Yeah 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 Willst du hier zu spammen weil dann blockiere ich dich gleich Patrick Just asking for a friend Hä? Oh hi Yeah Hang Blatzt Just asking for a friend Just asking for a friend Unnötig Hang Oh ich sitze dahinten das wollte ich ja gar nicht Bin ich denn jetzt vorne ja ich darf schon vorne sitzen bin schon groß professor Manchmal Lullullullullullullullullu Meistens nicht Retail Wieviel haben wir denn noch? 13 Ok Sammle Schnomms Klingel an eine Tür, klingel, bis sie kaputt geht. Ja, nice. Das mach ich doch direkt mal. Hallo, Türklingel. Bang, fertig. Das war ein Spar. Alter. Ohne Scheiß. Danke, tschüss. So. Ah, kann ich das upgraden? Üppig. Erpisch. Ah. Moin. Hallo, Torte. Ah, hier hab ich noch getanzt. Was zum? Okay. Hey. Hey. Was, ey, du sehrte mich weggeschubst heute. Ja, sorry, ich hab den Überblick verloren. Äh, ja. Nein, generell heute ganz sicherlich den Stress gebe ich mir heute nicht, noch andere Leute noch mit einzuladen. Discord und so weiter, you know. Was, was stehst du denn da so? Bist du kaputt? Ich lese. Aber es scrollt so langsam. Achso. Ja, klar, das ist ja nichts Neues. Was? Du kommst nicht an mir vorbei, he? Ah, jetzt. Okay. Ah, da, 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 da. Ja, Box, hello, by the way. Aber wie schon gesagt. Nutze eine Seilrutsche und zerstöre gegnerische Gebäude. Hast du welche gesehen? Seilrutschen, ja, genau. Seilrutsch eh, jawohl, hat sich erledigt. Ja. Yeah. Show me what you got. Zerstöre Mebel bei Après-Ski. Hä? Wie? Du gehst da hin, dann hast du kaputt. Nein, die sind gerade kaputt gegangen. Was? Ja, wir sind aber ungefähr nicht da. Echt? Nee, bei mir nicht. Strange. Vielleicht ist nur die Anzeige verbaut. Ja, das kann sein. Das würde Sinn machen. Moment, wo, wo, so? Nee, ja, da drüben. Hast du es bald? Ja, wähl doch mal Zeit, sonst hätt ich weiter geschmollt. Aliens. Aliens. Wey. Das ist falsch, Herr Grün. Meins? Da ist bestimmt noch keiner da oben. Wahrscheinlich nicht. Oder? Ja, ne, hast du schon recht. Get a corner, sop. Sop. Das rollt eh runter. Keine Chance, ne? Oh, ne? Physix, Mann. Physix. Endlich. Ich will so lachen, wenn sie jetzt da liegen bleibt. Ah, schade. Das wäre jetzt das Beste gewesen. Bang. Und dann geht's ab. Oh, Schüsse. Ja, da. Ich denke, dass noch zwei kassiert. Uuuuuh. Aua, Aua, Alter. Au. Jetzt fühle ich aber langsam die Geduld mit dem. Ich auch. Ja, das, das, das klingt auch sinnvoll, was du da tust. Komm schon. Ich halte fast die Schwisten, die schießen nicht zurück. Ja, what's wrong with them? Ein gezielter. In den Bad. Ich hab offiziell keine Raketen mehr. Aber inoffiziell noch 30. Okay, ich wollte gerade gucken, aber ich glaube, dann brauch ich dir ja keine zu geben. Wo schießt ihr denn auf uns? Ey, wo? Wo schießt ihr denn? Nein, ich hab keine. Ich hab keine. So, was meinst du ernst? Aber das wissen die Gegner noch nicht. The fuck, von wo? Ja, von da unten, wo die vorhin auch waren, Laguna. Immer noch. Enix, die Stor. Ich hab nichts für Distanz gerade, ne? Ah, ja, da. Sauber. 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 Das. Woolle. Au. Okay. Ja, klar, das ist auch so, Halderon, aber normalerweise haben wir eine Gruppe, mit der wir immer spielen. Aber es scheint ja keiner mehr online zu sein. Nie. Oh, hey. Welche hast du jetzt platt gemacht? Ja, beide. Beide Teams? Nein, nein. Wieder ohne Leben. Halder, ich bin sowas nur tot. Halder. Fuck, ich konnte mich nicht mal heilen, ne? Das lutscht voll. Haben schon. Geh, Termi, Bobby. The Bobby-nator. Jump an. Alter, der hat mich erwischt. Ja, okay, cool. Hey, ich bin noch nicht mal gestorben, schon stehe ich wieder. Nice. Die haben ihre Deckung sowas schon vernachlässigt. Die hätten sie im Bioten, die hätten sie jetzt vernünftigen können. Eigentlich schon. Easy peasy chicken squeezy, genau. Nix. Morgen Diablo, ne? Aliensis. Äh, ich würde mir was zu trinken wollen. Ah, Pause. Pause klingt immer gut. Dann gehen wir mal zurück zur Lobby. Easy peasy chicken squeezy. Oh, wow. Nochmal 20 Thingies. Dann kann ich doch Seite 1 schon mal einfordern, ne? Puffeldi-Puff. Seite 1 einfordern. Ja, hallo? Hang, got it. 100 Fuckbugs. Und dann, Seite 2. Kommt wieder nur Spämmüll rüber, ne? Okay, das ist ein bisschen cool. Früh, ich kann nur vormittags morgens nix. Was sagst du? Woid. Das Mädel da ist ganz cool. Welches? Von dem Battle Pass. Ja, ja, das stimmt. Eigentlich schon. Das ist auch ihre Waffe wahrscheinlich hier auf Seite 2, ne? Das schwert, ja. Ja. Okay, cool. Kurze Pause. Bis gleich. Wow, wow. 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 Sitting on my alien porch and singing a fucked up song about motherfuckers. Was? Da Kuchen. Da Kuchen. Da Kuchen. Da Kuchen. Da Kuchen, motherfucker. Hier? Passend zur Musik so, ne? Benutze einen Verband oder einen Meth-Kit. Baba Yaga. Okay. In der Kip-Welt. Nicht zu vergessen. Ah, in der Kip-Welt. Goddammit. Kauf an einem Charakter. Nein, kaufe einen Charakter. Okay. Abfahrt. Abfahrt. Wup, 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 wup. Und. Wait a minute. Wait a minute. Tschüss. Mitteilung. Jemand ist an der fucking Haustür. Ich wusste auch, ich muss ihn nicht abholen. Ah, ne. Doch nicht. Okay. Na gut. Dann doch. Wenn die heilen. Ja, genau. Bei dir kommt er vielleicht zu spät, ja. Nein. Hm? Nee. Aliens. Warum man niemals einen DHL-Lieferanten daten sollte? Warum nicht? Weil er immer zu spät kommt. Lol. Das kannst du jetzt so oder so sehen, ne? Ja, Mann. Aber hier ist er eigentlich immer pünktlich. Ja, bei mir kommt er immer zu früh. Drei Monate. Drei Monate? Oh, so. Ohne Ankündigung. Ja. Das liefert seit drei Monaten. Das steht da morgen wieder aus. Ja, ne? Und sagst immer, guten Tag. Hallo. Sub. Oh, Samlolle Granate. Oh, Gummi-Jonesy. Pub-Jonesy, Entschuldigung. Und jetzt hab ich's gehört. Ja. War wir die Gartenkamera. Peiny McLaren. Mit einem E-Spot-Skin, den kenn ich ja gar nicht, wer das ist. Bam. Hang in die Phrasen, Junge. Tot ist er. War doch nicht so gut. Nope. Heute bestellt, vor drei Monaten geliefert. Das ist geil, ne? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Aber ich würd das gerne wissen, so. Damit auch jemand zu Hause ist, der das Paket dann annimmt. Ja gut, das könnte hellbreich sein. Und sowas wie, ähm, Echtzeitverfolgung, wie die meisten Leute Lieferdienste anbieten, haben die nicht. Die heil? Bei mir nicht. Okay. Die sagen nur, es wird in Lieferstation so und so angekommen und, äh, das ist irgendwie verspätet oder, äh. Also bei mir zeigt er das an, die letzten zehn Zustellstops, äh, dann hab ich Live-Verfolgung. In der DHL-App. Ich nicht. Okay. Wir müssen mal zu Steamy. Steamy-Sex? Ich muss mit dem Typen, der da ist, eben, und so Quests mit dem. Da ist er. Ich hab ihn gehört, aber. Scheiß Spieler. Hat mich gerade nicht. Bisch? Nee, die gerät nicht. Da kommt der Auto, ey. Wo schießt die denn hin, ey? Alter, okay. Die hat mir auch Schaden gemacht, aber. Jetzt kann ich auch mal ein Meth-Kit benutzen. Okay. Hallo, Meth-Kit. Nom, 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 nom. Na, komm schon. Peng. Okay. Natürlich ist Steamy nicht in der Zone. Warum leuchte ich so hell? Vielleicht lädt sich das mit Kills auf. Keine Ahnung. Ich hab den noch nie gehabt. Ich hab zu viele Random-Skins. Maschenhams. Okay, Maschenhams. Steamy-Pnees. Schnomps. Alter, das verwirrt voll. Der RTX-Lichtstrahl, wenn das Ding aufgeladen ist. Das versperrt mir voll die Sicht, so ne Kacke. Ich frage mir, hier leuchtet das Muster. Ich hab auch RTX im Lern. Ja, das ist mega hell. Also, das hat auch echt diffuses Licht. Da hab ich jetzt auf dem ganzen Bildschirm. Das nervt ja voll. Ich hab ja den Stream nebenbei auch... Das wollte ich jetzt grad machen. Das Schmello. Ich hab den großen Schild dran lockiert. Ist das so weit weg? Da. Hallo. Nom, nom, nom. Puff, Toad. Hm, okay. Das ist ein Arsch, wo kommt das denn jetzt her? Ausmarsch Wow, wow, wow Ah Ah Ich glaube es will nicht, dass wir das nicht Meint er nicht? Nein, geh weg Okay Keine Lust Moin Peng Angel Party Get the fuck schwifty Jejejejeje Einfach ohne Sound Ja, komplett ohne Sound Scheiße Ding Mark fährt mich heim, war doch klar Geil, ich hab leckt Wuhu 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 Stell eine Waffe E her Ah No can do Schade Drei Drei Wuhu Wuhu Das ist grad voll rumgeleckt Das Schweine Wuhu Wuhu Zwift mehr einen rein Joink Wie er einfach den Stream mit 7 Mbit hochlädt Wenn ich im Auto sitze Wo Gegners Wo Gegners Da 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 Gegners Oh Scheiße Reloading Oh Au Wohu 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 Boop Wohu Warm Sandwich Ja der war echt ein bisschen warm Alter Schieß Ich dead Nope Wow 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 Warum haben die anderen nicht angefangen zu schießen? Da waren noch zwei andere hinter mir, was soll das? Ich habe gerade gar nicht zugeguckt Level up Machine on Party Okay, cool Sorry Muss ich mir später im Replay nochmal angucken Ne, pass auf Da sind zwei Gegner Die hätten die ganze Zeit schießen können Aber haben sie nicht gemacht Das ist ein bisschen Bots Kommunizieren untereinander Ne, guck Blocks don't kill me Und so, what the fuck Das sind echt Bots BTF? BTF, indeed Wap, waw, waw Ja, Müll So, jetzt habe ich's Alles klar Hä, Miese looking good Und so Und nach oben Und nach oben Wo landen denn, ey Streamy Streaks Stelle eine Waffe eh her Na gut Can do Halt Die frische Wurst Die frische Wurst die ist so fresh Alter Nein, die heißt frech, ne? Nicht frisch. Freche. Frech, ja. Ich glaube, im Englischen heißt sie fresh. Fresh Sausage. Wir wussten nicht, wie sie es übersetzen werden, weil... Fortnite! Fortnite! Ja, die Übersetzungen sind ein bisschen unglücklich manchmal. Wie gut manche Sachen mit RTX aussehen, ne? Die Flügel von der Ollen sehen super awesome aus, weil sie aus Metall sind. Allerdings ist das nicht der richtige Schirm für den Thingy. Ist Nukularkraftwerk. Das Wort heißt Nukularkraftwerk. Was machen wir hier eigentlich? Ich muss Auftrag von dem Typen annehmen. Ah, verkauft er auch Waffen? Die hätte ich gerne. Schließe zwei Geburtstagsaufträge plus null EP. Danke, tschüss. Ich auch. 3, null EP. Awesome. Für die Türen EP. Tschüss. Ja, tschüss. Wo ist der Kerl? Welcher Kerl? Aber er steht hier oben. Da oben auf dem Bach. Los. Auf dem Dach, Laguna. Soos. Brotach. Wie stupid. Ja, oben halt. Echt? Danke. Sie ist auf der Map, wo der ist. Ja. Gruselgeschichte von dunkler Jochonessi. Wie dann bleibt das jetzt eigentlich so? Also ich gehe um 8 Uhr wählen, nix. Und danach wollte ich eigentlich... Ja gut, Final Fantasy, ne? Aber dann... Was? Giz aktivieren. Ich will doch eigentlich nur für eine Waffe kaufen. Ist das zu viel verlangt, Junge? Oder what? Gibt es hier überhaupt Waffen zu kaufen? Alter, was macht ihr da drüben? Aber auch da muss ich natürlich dazu sagen, ich kann wieder nur vormittags. Aber ja. Final Fantasy und dann Diablo. Unmöglich. Wo ist das Gegner? Tot. Scheiße. Uncool. Für den Gegner, ja? Ja, definitiv. Hier gibt es aber gar keinen Automat oder sowas, ne? Äh. In der Richtung. Von mir aus gesehen. Danke, Lex. Dass ich nicht landen darf. Verdammte Lex. Ich verstehe auch nicht warum. Weil nix ist offen. Nicht mal Steam. Sandra, hello. Gut, gut. So. Dann haben wir das erledigt. Das war jetzt... War total unnötig. Was machst du da oben? Ich fliege. Wobbelst du da rum. Sieh, fliegen. Okay. Ja, das hat sich ja mal gelohnt, so weit zu fliegen, ne? Ja. Äh. Äh. Ups. Äh. na ja ich weiß nicht das weiß ich noch nicht morgen in diablo 2 weg gesmashed was hey unfair ich habe gerade was gelesen du hast ja schauen wir mal schauen wir mal wie wir das morgen machen ich würde auf jeden fall gerne final fantasy 2 noch mal fertig spielen was für ein gegner zu hühnchen hallo hühnchen ich habe eine waffe gekauft warum eine waffe die mindestens alter scroll doch noch langsamer selten fack ich habe eine grüne gekauft die biet das lagerfeuer ist doch geschürt geschürt ich hasse es okay das sind waffenautomat tschüss es ist nicht und enter haken hapune also enthalten und der zwei grundlegend verschiedene dinge laguna jetzt hey hey okay hey hey ok nice skills und noch mal drauf alle es ist dass wir hier tun mit dem job fliegen also meint das jetzt tun sie nicht platzieren das sind vollboden hoch das verstehen und stirbt da ist irgendwo noch seinen kollegen level nein doch Ja. Alter. Und ich hab leck. Perfekt. Und da kommt noch einer. Ja, leck mich doch. Leck mich doch. Okay. Unendlich kugeln. Warum sind wir jetzt auf eine Hausparty? Ja. I don't know. Ich bin nicht mehr ausgeruht. Okay. Alter vier. Tschüss. Alles klar. Spieler melden. Ja, gut. Das ist ein Argument. Ich bin die Nachtelfe. Ich bin die Nachtelfe. Die eine da. Genau die. Zerstöre Möbel bei Apreschi. Oh Gott, was war das? Gegner in einer von 30 Sekunden nach der Landung töten. Mit der Axt. Habe ich das richtig gesehen? I don't know. Wait a minute. Innerhalb von 30 Sekunden nach der Landung Schaden. An nur Schaden zu fügen. Ja, ja. Also ich würde sagen, wir landen bei Apreschi's und machen dort Möbel kaputt, oder? Jo. Und danach müssen wir nochmal in die Küb-Welt. Und dann müssen wir nochmal in die Küb-Welt. Ich muss nur überlegen, ob ich Babau oder Mage im Multiplayer spiele. Ich spiele mal bei Sorg. Sorg. Aber ich glaube, ich spiele Sorg. Kennen wir ja. Wenn du so. Keine Ahnung. Nice. Vielleicht Ass-Assin. Ass-Assin. Double Ass. Oder halt, äh, Dings. Totenschörer. Ja. Totenschörer ist cool. Das stimmt. Das sind nachher nämlich Millionen von Bobbys hinter dir rumrennen. Das ist total geil eigentlich. Ass-Assin. Kommt drauf an, was Nix so spielen will auch noch. Müssen ja mal gut kombinieren. Ja gut, wir könnten auch morgen nur Diablo spielen. Das stimmt schon. Stadt. Final Fantasy könnt ihr auch am Montag machen. Ja, ich muss am Anfang Feuer spielen. Das ist ja immer das gleiche, ne? Obwohl. Ah, not sure. Feuer ist am Anfang effizienter. Ja, müsst ihr mal gucken. Mal gucken, ob die Campingtische hier auch zählen. Ja. Awesome. Ich glaube, es ist nochmal ein Lagerfeuer, weil John sie behindert ist. Die Connesi hier, echt ey. So. Jetzt müsstest du auch bekommen haben. Hat das jetzt geklappt mit dem Lagerfeuer? Ja. Woos-Lol-Geschichte. Ich bin zwei Stunden lang innerhalb von 10 Meter umgerannt, und dann gehe ich noch mal wieder... Blablablablablablablabla. Ja. Bien. Oh mein Gott, Horsi ist hier. Thanks for nothing. Ich gehe mal die Musik machen. Ah. Ah. Ah, nice. Hey. Bisch. Was? Ball. Na. Ich habe nur noch keine andere Waffe. Das ist halt ein bisschen doof, hein? Du-dup-dup-dup-dup. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Ja, ja, ja. Ein Kumpel von mir hat auch den... Kumpel-Bobby am Start. Kumpel-Bobby. Drink that. Tony Strack. Das Pferd geht voll ab. Echt? Was macht Breakdance? Was? Okay, ich komme gleich nochmal hoch. Ich sammle hier unten gerade. Ja gut, wir könnten morgen auch tatsächlich nur Diablo spielen. Also ich gehe in 8 Duvelen. Ich denke dann so halb neun. Wäre realistisch. Also hier war ich ja schon. Fucking fail. Geht's echt voll ab da? Ich hab's halt vollen Breakdance gemacht. Jetzt noch nicht mehr. Aber es tanzt. Ja. Was? Was für ein Satz. Okay. Was willst du mir da mit Sargin? Dass der Droide spielt, wenn ich das Szene spielen möchte. Aber ich werde mir wahrscheinlich gleich das nochmal angucken. Meint jetzt nicht dich, aber ja. Ich spiele eigentlich immer Sog. Es muss, muss. Warum sind hier lauter Sergei? Weil da Leute gestorben sind, Laguna. Awesomeness. Nicht wirklich. Das sieht aus wie so eine kruftige Kruft. Ja, macht Sinn, dass in der kruftigen Kruft Sergei die Sergei sind. Sergei, Sergei. Sergei, mehr Sergei. Sergei, Sergei. What is happening? Okay, gib mir das. Thanks, bye. Auftrag angenommen. Okay. Bang! Scharfschütze von Core. Hardcore. Äh, what the hell? Heute geht's ab. Not really English. Ja, heute geht's ab. I see that. Just a little bit. English. Inso. Nein. Nur die Beleidigungen auf Englisch. Die Beleidigungen sind definitiv auf Englisch. War eh nicht noch ein großer Schild trainiert? Aha. Willst du den etwa haben? Ja, weil dann habe ich drei dabei. Tschüss. Dann kannst du die sechs kleinen mitnehmen, die da vorne liegen. Was? Wieso? Ich habe zwei große und so. Aber okay. Alles klar. Tschüss. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Ich kann ein Inventar... Guckst du im Stream. Im Stream. Alter, warum lag das so? Ich weiß nicht, aber jetzt ist es gerade bei mir auch gelaggt. Yeah, bye. Ich habe von drei Leuten eine Gruppenanfrage bekommen. Warum? Musst du das? Weil ich rausgezappt bin und Epigenes dachte, oh, er guckt gerade hin. Lass mal... Direkt beim Zug spammt. Ja. Spam. Wo gehst du? Was soll ich da hinten dran versteckt? Okay. Peng. Baue eine Waffe her. Was? Was haben wir zerstören? Kühlschränke. Kühlschränks. Einen Kühlschrank. Zerstören 0 von 2. De Mützelmeister. De Wildschirm. Mützelmeister. Pilsparty. Oh mein Gott. Die Zone, Alter. Die Zone. Fuck. Ich sehe dein Problem nicht. Ich sehe auch kein Problem nicht. Help. Blocks. Fuck. Kein Boot. Wir tot. Kein Boot. Wir tot. Krasse Rhymes. Bish. Wir können über den Spire fliegen. Wo ist Bayer? Ah, da. Ey, weh, wenn jetzt. Ah, fuck. Die müssen noch funktionieren. Ich hätte schwimmen sollen. De Mützelmeister, Alter. Danke für dein Follow. Und? Did it work or what? Ich hatte nicht genug Material im Treppe. Deswegen bin ich jetzt unten. Ja, das ist nice. Ich habe jetzt das letzte Stück mal gesetzt. Cool. Ja, das funktioniert noch. Aber das ist trotzdem zu weit. Ich habe auch nichts zum Heilen. Nothing. Ich habe was. Ich schmeiße das gleich ins Gesicht. Ins Gesicht? Mach mal bitte. Ah. Ich bin hängen geblieben. Surprise. Alter. Na, das war nichts. Sammels wieder ein. Ah. Ah, Tony. Strack. Dir doch einen rein, ey. Das ist... Fuck. 20. Es ist am Baum abgeprüllt. Ah. Ich komme durch. Ich komme durch. Ist gut, ist gut. Ich habe jetzt nur noch 9. Ah, leck. Ah. Packst du es? Ah, okay. Ich sneak jetzt gerade mal da ran. Peng tot. YSL. Party. Create mir doch mal einen ab jetzt hier. Was geht? Ne. Doch nicht. Hi. Tony Strack. Oh, cool. Darf ich das haben? Du hast doch ein besseres, du Sack. Das ist richtig. I thought me so. Oh mein Gott, die Zwergen sind auch da. Cool. Jetzt nicht mehr. Killed them all. Stupid fucking pieces of shit. Hätt ich da unten mit Ragen. Ja, okay. Welche Zwerge? Keine Ahnung. Lass ich mir. Fuck. Yeah. I don't know. Ähm, ja, die Zone geht gleich weiter. Ich gehe schon mal, ne? Tschüss. Das wäre überhaupt nicht nervig. Böööö. So rein gar nicht. Zwei Minuten. Yeah. Got a move. Got a move. Ist das schon wieder so weit? Fuck me. Und so. wie ich einfach doch schon level 12 bin nach zwei stunden mit pause ja und in der zeit wo du zwölf level gemacht habe ich die original fünf gemacht ja klar gegners walk the dog 80 no more hängen der lab ok ja ich mag dieses nie ding automatisches gesnippel und so faules stück statt um die ecke zu gehen ich muss so die questen so gleich nicht mehr keine beweise keine zeugen ok dass wir nicht so was von die zonen schon leutern war du lächst ja wirklich eine waffe zerstört kühlschränke das tanze bei den absturz stellen ja das ist doch eine hier oder etwa nicht so richtig erschießt niemand alle tot alles so nice ja ja ich finde also auch die ist schon echt dezent op da überhaupt keine chance gehabt gerade der andere typ da sind zwei typen drauf ist bei einem stock auf der brücke auf auf brücke wo brücke der brücke auf brücke spire typen die urwachen die urwachen ja das ist schon fies da kann ich mal aufhören zu legen was soll die scheiße das ist schon ein bisschen aufgesollt ok little a tschüss was was hast du gesagt ob du wen siehst ja was sieht man im Auge den Bobby da dead die Waffe ist sowas von fies ey das war ja die maximalste Distanz ever boah danke für diese Quest die ich in dieser Runde noch abschließen kann ja nice und so da Gegner ist kein Gegner ist brennendes Auto kommt ein Torb runter ja genau das habe ich mir auch gedacht yes wie die kämpfen außerhalb der Zone geht es noch ey die hat geklickt der hat das gebaut ich werde das wirklich gleich sowas von anbringen ja und das ist noch nicht immer schlecht okidoki was sieht dein elben Auge das hätte ich jetzt nicht erwartet ok schade ich werde sowas wert mein Bett warum sollte ich deine Freundschaftsanfrage annehmen wenn wir nicht mal zusammen spielen ja ich weiß aber das finde ich irgendwie sau nötig also ich nehme tatsächlich auch nur FAs an von Leuten mit denen ich mal gespielt habe oder ich spiele alles andere macht keinen Sinn oh nein ja das könnten wir werden wir aber heute mit Sicherheit nicht und wie gesagt dann muss ich das auch nicht tun wenn sich das mal ergibt gerne aber so macht es halt wirklich keinen Sinn wow 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 oh okay cool das ist nur noch eine über ne da war okay ja wann anders wie gesagt gerne was geht bewegung an der haustür festgestellt also lasst wie du bist die lobby gegangen so schauen wir mal setzt ein e-mode oben auf einem berg ein wenn du überhaupt von der caddy genau perfekt ganz oben wahrscheinlich dann zerstöre kühlschüss der ist obama hat sich dann bist du aber wieder okay alles klar danke tschüss ja ich glaube das reicht schon ich will hier oben landen ui bis er so gut level ab fürs arsch schicken ach so stimmt du musst es ja gar nicht machen ne richtig ja nice er sollte vielleicht gucken wo ich hinrutsche okay cool hotdog von frische wurst wie viele barren hast du oh bro ja bro bro digger bro fiender 18 kannst du dir hier diese vorhersage holen ich bräuchte mal ne waffe das ist wohl wahr hier ist ein gegner und ich hab keine waffe aber der sieht mich auch gar nicht was für ein bob ja wenn ich gerade seinen kollegen getötet hab in dem gebäude sah da ist eine schrotze dabei oh ja ähm war was ja ich habe jetzt schon wieder das halbe level obwohl ich eben erst aufgestiegen bin what is this sorcery ja thank you erpik und so bei dem bei dem chimpanzee chimpanzee die wetterfeuersage besorgen ach ja stimmt da war was ja dann hat sich das ja auch schon erledigt alright dann ja genau ja genau ja ich habe jemanden getötet meine beine sind jetzt rot getränkt im blut der gegner nice was ist für ein skin das von dieser mode die fortnenden macht ah ja habe ich mir nicht durchgelesen aber das skin sah äh gut aus yes okay und rum hey guck guck doch komm guck ja schau mir was du gehuuut was zur hölle okay alles klar danke dafür die monitor ja wahrscheinlich das war jetzt doch ein bisschen sehr grenzwertig ja Ja, das ist schon. Das ist wieder cool. Ja, gerade so. Obwohl sie sich ja vorbehalten haben, für die Skins gibt es Altersfreigaben. Könnt es wahrscheinlich welche geben, die später höher gehen. Wäre jetzt zwar total unlogisch. Aber dann darf das Spiel doch nicht mehr ab 12 gemacht werden, wenn du Skins drin hast, die ab 18 sind. Ja, klar. Ja, ah, Chimpanzee. Hackfrazzle. Yes, 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 yes. Ja, hast du als aufgedeckt? Nö, hab ich nicht. Soll ich? Ja, äh, 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 äh. Deswegen solltest du durch mit dem Reden. Zucke prünft. Achso, ich soll das nächste Auge aufdecken. Das ist eine Quest, ja. Ah, okay. Mir haben vier Goldbarren gefehlt. Ich könnte es nicht machen. Ja, Sree, ich hab das nicht gesehen, dass das eine Aufgabe ist. Easy. Gut, dann können wir schon mal dahin laufen, obwohl wir es in 8 Sekunden eh gesehen hätten. Aber ne, gut. Mach den nix. Ey, gib so einen, ein Auto. Bang. Oh, what the fuck. Der Velo. Baby. Ich hab gar nichts angefahren. Ich bin einfach nur eingestiegen. Nice. Gehubt, Spritlein. Laguna, wann hast du das letzte Mal getan? Vorgestern. Wie viel bist du bitte gefahren, dass der Tanktum egal ist? I don't know. Tschüss. Sindst du noch drin? Oh, what the fuck? Moin. Hello. Tschüss. Er ist Elia. Boah, mir gucken grad drei Leute zu. Great. Warum ist das Wasser so ranzig hier? Wegen dem Alien. Reingeschieft. Ja. Alien. Ganz gefährliche Sache. Ja, irgendwie sieht das echt ungesund aus. Wo Kopfkirchtafel? Wo bist du überhaupt? Lazy. Lazy. War, 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 war so ein Kopfkirchtafel. Ich hab mir das Video noch gar nicht angeguckt, ne? Von der Season? Ja. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Das Wildschwein ist in den LKW gelaufen. Genau, ich hab das gar nicht überfahren. Das hast du richtig bemerkt. So sieht's aus. Ich hab das Video gesehen, aber es ist einfach aus meiner Erinnerung gelöscht. Das war so langweilig. Das war so stupid. Okay, gut. Dennis, ja okay. Sie haben die neuen Sachen gezeigt und so. Ja, das war's. Ja, wie immer halt, ne? Wir sind Gegner. Gegner? Gegner? Ich bin aber so weit weg. Wait a minute. Ich komm halt näher. Ich bin dabei. See, Autofahren. Ey, ich hab hier schon mal einen gedownt. Ich hab den anderen. Lol, der stand hier aber auch einfach nur rum gerade, ne? Ja, meiner hat mir einen guten Hit gegeben. Ich bin ja fast gestorben, aber der hatte nicht voller HP. Gibt's gestorben? Dann geht's gestorben. Warum werde ich jetzt eigentlich, du bist nur noch bei mir angezeigt, ne? Neben der Leiste. Was denn? Hast du, brauchst du ein Math-Kit? Ja. Oh. Wer wird gejagt? Also ich. Aha. Willst du eine von den Schrotflüten hier haben? Ich hab eine. Auch legendär? Ja. Nämlich die Kampfer, die macht mir Schaden. Guck. Legendary. Oh. Wow. Ich höre keine Schrotflüten. Aua, was zum... Wann das her? Das wird doch normalerweise nur rot, wenn die direkt in einem Arsch drin stecken. Oh shit, das war der NPC. Okay. I'm dead. Bye. Ich hab einen. Das bietet sich ja dann schon mal an. NPC ist auch weg. Alles klar, ich geh rein. Warte, ich lausche mit meinen digitalen Ohren. Der bewegt sich noch. Oh. Er heilt jetzt. Fuck. Ist irgendwo drinnen, vielleicht oben. Hat sich fast so angehören, ja. Wie sonst? Nein. Ganz oben. Nee. Hä? Unter uns. Ach, es gibt eine Tiefgarage. Ja, die sind hier. Unten. Ah, du bist noch weiter unten. Ja, leck mich doch am Jagger. Ich hab doch gesagt, Tiefgarage. Die andere hat einen Hit bekommen. Hast gedacht, ne? Tiefgar, Bobby. Ich schieß nicht mehr. Ich schieß nicht mehr. Ich schieß nicht mehr. Ich schieß nicht mehr. Ah, da ist er. Ja, ja, ja. Das war's sowieso. Das ist gelaufen. Du hast dich wieder angefangen. Du hast dich wieder angefangen. Du hast dich wieder angefangen. Dann würdest du sofort anfangen. Ich weiß, aber er war ja noch da. Dammit. Ein Versuch war's wert. Du hast angefangen müssen, als du 10 hattest. Ja. Ja, es ist scheiße, dass es dann weiterläuft, ne? Ich verstehe auch nicht, warum. Er war ja tot. Ich verstehe auch nicht, warum.